Ab 2023 sollen Lehrer mit befristeten Verträgen auch während der Sommerferien in Baden-Württemberg bezahlt werden. Das hat das Kultusministerium bekannt gegeben. Damit sei ein wichtiger Schritt getan, so Kultusministerin Theresa Schopper. Gerade die aktuellen Herausforderungen würden zeigen, wie wichtig Personen mit befristeten Verträgen wie etwa Vertretungslehrer seien, um auf Ausfälle zu reagieren, so Schopper abschließend.